Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer Folge Badwars auf dem Server Gourmetty.net mit dem lieben Relaxo Eagle, auch wenn er jetzt gerade nicht dabei ist. Ich jolte gleich erst, wahrscheinlich erst nach der Runde auf den TS, weil ich jetzt gerade mit euch einmal was reden möchte. Und jetzt nicht irgendwie böse sehen, Relaxo Eagle, denn ich nehme gerne mit dir auf. Aber ich möchte jetzt halt erstmal über etwas talken und dann finde ich es immer ein bisschen ungünstig, wenn mich irgendeiner beim Reden stört. Deswegen bin ich jetzt einfach mal gerade ein bisschen doof und komme nicht auf den TS. Ja, geh genau da hin. So, genau, danke. So kommen Bootmann, Leute. Und unser Bett ist weg. Das finde ich echt scheiße. Denn das ist nicht sehr nett, was er getan hat. Und deswegen werde ich mir jetzt sein Bett holen und vorher noch etwas Gold aus der Mitte mitnehmen. Denn sein Teampartner ist auch nicht in der Basis. Fickel, ja! Finde ich gut, dass der noch vorher gestorben ist. So kriege ich wenigstens noch einen Kill. Killgeil! Wuhu, ich bin so Killgeil! Ja, schreibt sie in die Kommentare! Hashtag Killgeil! Wenn du auch Killgeil bist, schreib sie jetzt! Alles klar. Er geht halt eine andere Party. Tsch-tschi. Er ist halt in meiner Basis. Ein echt unsympathischer Kerl. Dieser Gelbe. What? Warum hat der auch einen Bow? Wie viele jetzt einfach beide nicht getroffen haben. Ja, er weiß halt, dass ich da war. Ich würde ja sagen, ich komme jetzt im Warp-Hauter, aber das ist dumm, weil ich in meiner eigenen Basis bin. Okay. Dann,. GG. Damit hätte ich die Runde auch dann gewonnen. Bis zum nächsten Mal Und tschö mit Ö Achja, PS Schaut euch dieses Video an, es ist wichtig Nämlich das 1 plus 1 Team Mulya, da sag ich ganz viele Infos Zu meinem Kanal und alles andere Also bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö